Heute ist Rosenmontag. Hallo, Philau! Bub, Dicka! Ahoi! Geh lau in die Nachbarstadt, ne? Ja. Westfälischer Hochgrosien. Ja, wir eskalieren nach Westfalenart. Ja, nun geht's wie los, unsere Kolonie. Wir können uns ja nicht aus dem Bild raus bewegen. Ach so, ja. Lass uns doch mitsingen. Ja. Jetzt alle. Los, mit ganz großen Schritten. Erwin Heilig. An die Schultern. Also, ich glaube, die Texte... Nee. Aber da sind wir ja in bester Gesellschaft, ne? Ich glaube auch. Also, man könnte glatt meinen, dass wir, was Texte vergessen angeht, in einer guten Schule waren. Von den Beer Brothers. Genau. Die starten nämlich dieses Jahr wieder fröhlich und ausgelassen. Ja. Wie man sie so kennt. Genau. Für den Verein für Erhalt und Förderung der Schwelmer Brautradition. Das hast du schön gesagt. Ja, darauf trinken wir auch einen. Das ist nett von dir. Danke. 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 Und da frage ich mich auch schon die ganze Zeit, wo die bleiben. Meine Güte. Jedes Mal das selber. Vier Wochen so. Weißt du das? Ja. Ja. Kein Mensch. Keine Ahnung. Hey. Guck an. Hi. Hi. Wir haben uns ja jetzt ein Jahr nicht gesehen. Wir haben uns ja jetzt nicht gesehen. Wie wundervoll. Ja. Oder eine Zwölfte. Ich finde ich auch keine Ahnung. Kann doch eine 17. gewesen sein. Ist der Einzige, der kein Mikrofon braucht. Auch in größeren Hallen nicht. Und da haben wir den Klaus. Ja, das bin ich. So. Und wir sind ja heute hier, Gott sei Dank, zusammengekommen, um unseren Beitrag zu proben. Welchen eigentlich? Haben wir überhaupt einen Text? Wir haben hier ein Lied. Ach Gott, an alles muss ich denken. Ja, du bist ja hier der Chef. Leute, wir müssen jetzt hier Schluss machen. Wir sehen uns dann am Song Contest. Egal an wie vielen. Wir gehen jetzt erstmal überlegen, was wir überhaupt präsentieren werden. Macht es gut. Tschüss.